Es ist doch schön, dass jetzt CO ein neues Haus hat, ein Amerika-Haus hat, eine berühmte Stätte in Berlin und endlich gibt es auch eine langfristige Sicherheit für uns von der Berlinale. Wir arbeiten ja schon lange, CO und die Berlinale zusammen, ist es natürlich auch schön, vielleicht gibt es neue gemeinsame Projekte. Ich bin davon überzeugt, denn der Zoopalast ist nicht weit, das Delphi ist nicht weit. Wir können ein neues Schwergewichtszentrum machen im Westen, und zwar zwischen bewegten Bildern und stehenden Bildern, was liegt näher als Fotografie und Film zusammenzubringen. Ja, es wird eine wunderbare Zukunft.